Technik 1 Wangenknochen hervorheben Setze den Pinsel unter dem Wangenknochen an und ziehe die Linie nach unten zum Kieferknochen. Das Ganze gut verblenden und so lange wiederholen, bis es dir gefällt. Technik 2 Augentiefe intensivieren Wähle einen matten Lidschatten aus und ziehe damit einen Bogen bis in deine Lidfalte. Anschließend drückst du die Pinselhaare flach und trägst den Lidschatten am unteren Bimpernkranz auf. So kannst du deine Augen noch mehr betonen. Technik 3 Augenbrauen buschiger stylen Um deinen Augenbrauen mehr Ausdruck zu verleihen, bürstest du sie nach oben und fixierst sie mit deinem Augenbrauengel. Anschließend kannst du auch noch weitere Härchen einzeichnen, ganz nach dem Motto mehr ist mehr.